Ne, das ist kein Röntgenbild, das ist ein Millimeterwellenbild und zwar eine Echtzeitdarstellung von unserem QR-R50, wo wir mit einer kleinen Anzahl an Clustern in der Lage sind, in Echtzeit Bilder aufzunehmen. Und da kann ich dir gerne mal zeigen, was das eigentlich bedeutet. Ich kann zum Beispiel meine Hand da mal reinhalten. Man sieht aber nicht durch meine Hand durch. Und damit ist schon mal klar, das ist gesundheitlich völlig unbedenklich, weil wir gehen nicht durch den Körper hindurch. Was sind Knochen zu sehen? Das täuscht. Das ist die Körperoberfläche.